hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt in diesem videobeitrag heute werde ich einmal schlaglicht artig beleuchten welche manipulationstechniken respektive euphemistisch gesprochen zentralbank interventionen beim goldpreis angewendet werden können wobei meine ausführungen aber keinen anspruch auf vollständigkeit erheben nichts desto weniger haben wir aber einiges vor heute ja und da ich dem geneigten zuschauer nicht mehr zeit als nötig sozusagen nehmen möchte geht es auch ohne umschweife direkt los mit der sogenannten goldleihe bei der goldleihe ist es so dass durch den zwischenzeitlichen verkauf von relativ hohen goldmengen am markt das entsprechende angebot vergrößert wird was sich dann drückend auf den goldpreis auswirkt die zentralbank verleiht hierbei bei der goldleihe ihr gold an eine sogenannte bullienbank als vermittelnde instanz die wiederum das gold am goldmarkt verkauft und aus dem erlös minenunternehmen einen kredit gewährt diese minenunternehmen lösen dann ihre verpflichtung gegenüber der bullienbank ein indem sie neu produziertes gold liefern sie tilgen ihren kredit also mit dem was sie produzieren und die bullienbank liefert schließlich das neu produzierte gold an die zentralbank womit sich der kreis der goldleihe schließt bei dem sogenannten gold carry trade hingegen wird ein kredit in gold aufgenommen um den betrag höher verzinslich anzulegen die bullienbank als vermittelnde instanz leiht sich also gold gegen einen zins von der zentralbank und verkauft dieses gold am goldmarkt und von dem erlös erwirbt die bullienbank dann höher verzinste beispielsweise anleihen um mit der zinsdifferenz einen gewinn zu erzielen als nächstes löst die bullienbank dann ihre verpflichtung gegenüber der zentralbank ein indem sie die anleihen bestenfalls mit einem hohen gewinn verkauft und anschließend gold erwirbt dass sie dann schließlich an die zentralbank zurückgibt der große unterschied zwischen goldleihe und gold carry trade ist also die tatsache dass bei der goldleihe physisches gold wirklich bewegt wird und das und das beim gold carry trade das physische zentralbank gold theoretisch mehrfach verlieren werden kann weil hier nämlich ein anspruch auf gold genügt und aus diesem grund ist vor allem der gold carry trade besonders perfide weil der gold preis quasi nach belieben kontrolliert werden kann zudem behält die zentralbank ihr gold weil es eben in erster linie um finanzielle übereinkünfte geht denn ganz so leicht wird wohl keine einzige bank auf der welt ihre gold reserven ja physisch hergeben vor allem nicht vor dem hintergrund dass einer aktuellen studie vom world gold council zufolge über 70 prozent aller wichtigen zentralbanken ihre gold reserven bis mitte des kommenden jahres 2024 weiter aufstocken wollen und nicht zuletzt aus diesem grund ist es auch so wichtig dass man als privat anleger ebenfalls auf physisches gold setzt denn am ende des tages entscheidet die realwirtschaft über den tatsächlichen preis mit anderen worten kann der gold mit anderen worten kann der gold preis an den wahren termin börsen stehen wo er will worauf es ankommt das ist die verfügbarkeit physischer ware am markt und bei einer sehr schlechten lieferfähigkeit können die sozusagen aufgelder auf den börsenkurs bisweilen auch durchaus in astronomische höhen steigen ja im übrigen habe ich die manipulationstechniken beim gold preis ausführlich und leicht verständlich bis ins detail in meinem buch das abenteuer edelmetalle beschrieben genau einstweilen wenn ihr noch mehr videos von mir sehen und ihr meine arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt diesen youtube kanal das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter entschuldigung weiter zu machen und auch sehr viel mehr videos für euch zu machen und wenn euch dieser video beitrag hier und heute gefallen hat dann gebt diesem video jetzt einen daumen nach oben und in jedem fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten video wieder euch alles erdenklich gute habt eine tolle zeit auf bald